Moin Freunde, eigentlich würde ich ganz gerne heute ein anderes Video für euch präsentieren, das ist im Prinzip auch fertig, aber es gibt eine ganz ganz wichtige Info für viele von euch, die Zombies gerne spielen in Cold War oder generell aktuell und für die mache ich dieses Video, das heißt es wird ein bisschen kürzer gehen, es wird unter 8 Minuten sein, es wird höchstwahrscheinlich keine Werbung beinhalten, kein gar nichts, aber das nehmt es als kleinen Service für die Community und vor allen Dingen für die Leute aus meiner Community und die, die durch Zufall hier drauf stoßen, die das Problem haben oder umgehen wollen. Und Activision und Treyarch haben es mal wieder zu 100.000% verbockt und das ist jetzt kein blöser Hate oder sonstiges, sondern aktuell ist es so, dass nach aktuellen Zahlen über 45.000 Spieler, die im Zombie-Modus eigentlich unterwegs sind, unendlich lang gebannt sind, das heißt das ist ein Permabann, das ist kein Bann, der nur für einen Tag gilt, das ist kein Bann, der für drei Tage gilt, dieser Bann ist unumgänglich und nach Mitteilung von Treyarch sieht es auch so aus, dass dieser Bann nicht rückgängig gemacht werden kann, weil, Erklärung von Treyarchs Josh Hound, das ist der Community-Manager, kann dieser Bug gar nicht sein. 45.000 Leute sagen, doch Leute, kann sein, wir sind selbst betroffen. Einer der größten Zombie-Streamer der Welt ist live in seinem Stream gebannt worden, der jede Zombie-Runde, die er spielt, live streamt mit dem Bug und das ist der Bug 630 Nuclear Sale Bug. Viele von euch werden diese Einblendung hoffentlich noch nicht gesehen haben, ich weiß aber von einigen aus der Community, die mir auf Discord darüber berichtet haben, das heißt für euch, wenn ihr mal Probleme mit dem Game habt, wenn ihr vielleicht Fragen habt, das Game lässt sich nicht mehr installieren, ihr könnt irgendwas nicht spielen, ihr habt einen Bug, einen Glitch, kommt auf den Discord, schreibt einfach in den Community-Chat eure Fragen, da sind mittlerweile sehr, sehr viele Leute, die sich mit vielen Dingen davon auskennen und auch ich gucke da zwischendurch rein und ihr kriegt die Antworten, die ihr braucht. Dieser Nuclear Sale Bug entsteht aktuell und das sind die Randbedingungen, wenn ihr über Battle.net Activision Blizzard, also online auf dem PC spielt und wenn ihr auf High Rounds in Zombies geht. Es gibt Berichte aktuell darüber, dass das erst ab Level 50 in Zombies geschieht. Ich habe jetzt mittlerweile Berichte bekommen, dass das ab Level 45 bereits so weit ist. So wie es aussieht, würde ich also als kleinen Tipp vorab für euch, wenn ihr Zombies gerne spielt und auf High Rounds geht, spielt maximal bis Level 44 bei Zombies. Sobald ihr über Level 44 oder Stufe 44 in Zombies seid, kann es passieren, dass euch euer Game permanent gebannt wird. Und ich habe schon von sehr, sehr vielen Leuten aus der Community gehört, dass sie jetzt eben gesagt haben, ja ich kann jetzt nichts machen und der Support von Activision und Treyarch wird euch nicht helfen. Treyarch hat das Thema nämlich angesprochen vor drei Tagen auf Twitter und wie ich das schon sagte, der Community-Manager sagte, nein, diesen Bug kann und darf es nicht geben. Das ist Quatsch, alle Spieler sind, ich sag mal, zurecht gebannt worden. Und Leute, ich habe so viele Beweise gesehen, dieser große Zombie-Streamer, der seit vielen Jahren Zombies spielt, der alle Runden öffentlich macht, der hackt dort nicht, der cheatet nicht, der macht keinen Bug-Abuse, kein gar nichts. In den Files mit dem letzten Update gab es wieder Probleme von Treyarch. Das haben wir teilweise schon in anderen Videos gesehen, das haben wir teilweise auch schon in Warzone gesehen. Zum Beispiel haben sie es mit dem letzten Update von vor ein paar Tagen geschafft, dass die Waffen-Perks, die ihr in Modern Warfare-Waffen in Warzone benutzen könnt, unter anderem Sleight of Hand, dass die nicht mehr funktionieren. Einen Grund dafür gibt es nicht, das wird auch nicht erklärt, das kennen wir mittlerweile. Es werden drei Sachen geändert, zwei Sachen passieren aus Versehen, fünf Sachen werden gar nicht bemerkt, außer von der Community. Und irgendwie haben sie es geschafft, dass die Zombie-Dateien und die Zombie-Files diesen Bug mit inne haben. Und in dem Moment, wo ihr dieses Benachrichtigungsfenster auf eurem PC bekommt, wenn ihr Cold War spielt, diesen 6-3-0-Nuclear-Bug, seid ihr am Arsch. Euer Account ist damit permanent gebannt und das werdet ihr auch in der Sekunde auf dem Betonet-Server, wenn ihr euch einloggen wollt, sehen. Es gibt aktuell keinen Fix dafür. Das heißt, wenn ihr permanent gebannt seid, habt ihr zwei Optionen. Ihr könnt das Spiel neu kaufen, einen neuen Account machen oder ihr habt Pech gehabt. Das sind wirklich die einzigen beiden Optionen, die ihr aktuell habt, um da irgendwas zu machen. Ihr könnt natürlich den Treyarch-Community-Server oder beziehungsweise den Treyarch-Community-Manager anschreiben. Ihr könnt es auch Treyarch und Activision schreiben. Aber die Antwort von Treyarch aktuell ist, und das wirklich nur kurz zusammenzufassen, diesen Bug gibt es nicht. Wenn ihr das habt, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. Es ist eure Schuld. Das heißt, 40.000 bis 50.000 aktuell völlig unschuldige Nutzer und User auf den Plattformen sind am Arsch. Dieser Bug ist anscheinend nicht auf den Konsolen, nicht auf der PS4, PS5, Xbox Series zu sehen. Ob das so bleibt, kann ich euch nicht versprechen. Um ganz sicher zu gehen, egal ob PC, Xbox oder Playstation, spielt Zombies nur bis Stufe 44. Danach brecht die Runde ab, startet von vorne. Es ist scheiße, ich weiß es, und ich weiß, dass ihr Zombies gerne auf die richtigen High-Rounds geht. Aber lieber spielt ihr es bis Level 44 und macht dann von vorne, als dass ihr das Problem habt, dass euer Account permanent gebannt wird. Und ich kann auch nicht ganz nachvollziehen, warum Activision und Treyarch sagen, die bleiben gebannt. Natürlich ist es Arbeit, das einzeln jetzt wieder nachzuprüfen. Aber hätten sie es von Anfang an einzeln nachgeprüft, wäre es gar nicht passiert. Und hätten die beiden Studios und der Entwickler und der Publisher von Anfang an ordentliche Arbeit geleistet, würde es diesen Bann gar nicht geben. Das heißt, Leute, ich hoffe für euch, ihr seid nicht betroffen davon. Wenn ihr davon betroffen seid, könnt ihr euch auch auf Discord vielleicht austauschen. Vielleicht findet ihr noch ein paar Leute, die irgendeinen Fix bisher hingekriegt haben. Nach meinem aktuellen Stand ist es aber so, dieser Permamant bleibt und ihr könnt euch das Game im Prinzip aktuell abschmieren. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich bin raus, haut rein.